Hallo und herzlich willkommen auch wieder zu diesem Vlog. Heute geht es daran, endlich mal mein neues Kanal-Intro zu drehen und wir müssen jetzt ungefähr eine halbe Stunde mit dem Fahrrad fahren zu der Location, die wir uns ausgesucht haben. Wir sehen uns dort nochmal. Es ist ziemlich windig, es kann wahrscheinlich jetzt mal eine dreiviertel Stunde oder so dauern, falls wir gegendet haben, so wie es aussieht. Und wir sehen uns dann nochmal. So, wir sind gerade an der Location, wo wir eigentlich nicht hinwollten. Eigentlich wollten wir woanders hin, aber ich weiß nicht, ob wir es hören können, aber es ist relativ windig. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, einfach hier zu bleiben. Hier habe ich schon mein anderes Kanal-Intro gedreht. Wir werden jetzt nochmal ein paar Shots machen und dann sehen wir uns nochmal. Ich habe mich gerade für eine Szene genau da hingesetzt und das war so krass hoch irgendwie. Okay Leute, hier kommen normalerweise nie Leute lang. Und gerade eben sind zwei Fahrradfahrer langgekommen, die haben angehalten und uns erstmal beobachtet. Okay, wir haben jetzt eine kleine Drehpause eingelegt wegen dem Mann. Wir holen erstmal unsere Sachen. Also, das war ein Mann und ein Junge. Wir holen erstmal unsere Sachen, weil die über den Berg wegfallen sind. Also, diese Felzzähne trennen wir ungefähr seit 20 Mal oder so, weil immer irgendeiner von uns beiden irgendwas macht, was nicht geplant ist. Und dann kam noch dieser Opa lang. Aber ansonsten ist immer gut im Zeitplan. Okay Leute, dahin sind gerade andere Leute, die versuchen hier zu verpacken. Untertitelung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017